In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die gegenseitige Lage von Kugeln und Ebenen rechnerisch entscheiden kann. Als erstes wollen wir uns natürlich anschauen, welche Lagebeziehungen überhaupt zwischen einer Kugel und einer Ebene möglich sind. In erster Reihe, eine Kugel und eine Ebene können gar nichts gemeinsam haben. Zweitens kann die Ebene die Kugel berühren, zum Beispiel in diesem Berührpunkt hier. Wenn das der Fall ist, nennt man diese Ebene auch eine Tangentialebene. Und im dritten Fall kann natürlich die Ebene die Kugel schneiden. Die Schnittfläche, glaube ich, ist ganz gut erkennbar, wäre in diesem Fall die hier. Ich versuche sie jetzt ein bisschen zu scharfieren. Und auch wenn die Perspektive ein bisschen drückt, das ist natürlich ein Kreis. Also wenn Sie sie schneiden, entsteht ein sogenannter Schnittkreis. Als nächstes wollen wir einen Ansatz finden, in dem wir diese Lagebeziehung entscheiden können. Wir schauen uns jetzt ein bisschen genauer die Abbildung hier an. Wir haben eine Kugel mit der Mitte M, also M ist der Mittelpunkt der Kugel, und Radius R. Und ich habe mich jetzt für diesen Fall entschieden, wo die Ebene in diesem Fall die Kugel berührt. Das ist hier in diesem Berührpunkt. Und wenn dieser Fall zutreffen würde, dann würde indirekt bedeuten, dass der Abstand zwischen Mittelpunkt der Kugel und dieser Ebene gleich mit dem Radius wäre. Also theoretisch, wenn wir den Radius scannen, müssen wir nur diesen Abstand zwischen Punkt und Ebene bestimmen. Und damit können wir sofort entscheiden, ob die Ebene die Kugel berührt. Also, das ist schon die erste Entscheidungsregel. Wenn der Abstand vom Mittelpunkt zur Ebene gleich der Radius ist, dann berühren sich die Kugel und die Ebene in einem Punkt. Also es gibt eine Tangentialebene. Ich denke mir, dann könnt ihr euch ganz leicht vorstellen, was in den anderen Fällen passiert. Das bedeutet, wenn der Abstand größer ist als der Radius, dann haben sie gar nichts gemeinsam. Und wenn der Abstand kleiner ist als der Radius, dann schneiden sie sich in einen Schnittkreis. Wir kommen jetzt vielleicht zu dem wichtigsten Teil der Einführung, bevor wir zu den Beispielaufgaben gehen. Und zwar, es geht darum, welche Hilfsmittel wir nutzen sollen, um einen möglichst einfachen Lösungsweg zu haben. In erster Reihe sollte euch bekannt sein, wie eine Kugelgleichung aussieht. Hier nochmal zur Erinnerung abgebildet, wobei M Mittelpunkt der Kugel ist mit den Koordinaten M1, M2 und M3 und eher der Radius. Zweitens. Die Ebenen können natürlich in verschiedenen Formen dargestellt werden. Ideal wäre es meiner Meinung nach die Koordinatenform. Allerdings kann die Rechnung auch natürlich mit der normalen Form durchgeführt werden. Ungeeignet wäre eigentlich die Parameterform, also wenn die gegeben wäre, müsstet ihr zuerst entweder in die Koordinaten oder in die normalen Form umformen. Außerdem geht es bei dieser Berechnung um Abstand, Punkt, Ebene. Da sollte euch als erstes natürlich die hessische normalen Form einfallen. Leider gibt es diese Formel auch auf zwei Weisen. Einmal angepasst an die Koordinatenform, sieht so aus, wobei M einfach wieder die Mitte der Kugel ist, die wir einsetzen. Und zweitens kann man sie auch noch anwenden mit der normalen Form, dann sieht die Formel wie unten aus. Um möglichst einen einfachen Lösungsweg zu wählen, würde ich persönlich hier an dieser Stelle natürlich die Koordinatenform der Ebene entfehlen. Im Zusammenhang mit dieser Form hier der hessischen normalen Form ist, wie gesagt, meiner Meinung nach der einfachste Lösungsweg. Und hier ist schon die erste Beispielaufgabe. Untersuche, ob die Kugel um den Ursprung mit dem Radius 6 die Ebene E schneidet, berührt oder keinen Punkt mit E gemeinsam hat. Wenn euch das zu schnell ging, dann bitte auf Pause drücken, nochmal in Ruhe die Aufgabenstellung lesen. Beim Lesen der Aufgabenstellung sollten euch folgende Sachen auffallen. In erster Reihe die Tatsache, dass der Ursprung der Mittelpunkt unserer Kugel ist. Den können wir auch hier mal ausschreiben. M hat dann die Koordinaten 0, 0 und 0. Zweitens, der Radius ist gegeben. Das bedeutet, wir haben bereits schon den Vergleichswert für unser Abstand. Wir erinnern uns, wir müssen ja entscheiden, ob der Abstand kleiner, gleich oder größer als der Radius ist. Also, das Einzige, was wir hier noch machen müssen, ist eigentlich den Abstand zwischen M und dieser Ebene E zu bestimmen. Dazu, wie gesagt, nutzen wir diese Formel, die ich hier rechts abgebildet habe. Zur Erinnerung, die hessische Normalform funktioniert wie folgt. Also, ich schreibe jetzt abgekürzt hier D vorne. Wir haben einen langen Bruchstrich. Oben im Zähler wird immer der Punkt in dieser Ebene für x1, x2 und x3 eingesetzt. Entsprechend haben wir dann hier sehr vereinfacht 2 mal 0 plus 3 mal 0 plus 6 mal 0 und am Ende noch minus 49. Also, die Zahl, die rechts bei der Ebene steht, wird mit umgedrehtem Vorzeichen rübergebracht. Alles im Betrag. Und unten finden wir die Länge des Normalvektors. Der Normalvektor sind genau die Koeffizienten für x1, x2 und x3. Also, in diesem Fall 2, 3 und 6. Also, rechnen wir kurz aus. 2 ins Quadrat plus 3 ins Quadrat plus 6 ins Quadrat. Wir fassen jetzt alles zusammen. Oben bleibt nur noch Betrag aus minus 49. Und unten haben wir 4 plus 9 plus 36. Das sind dann Wurzel aus 49, was natürlich wiederum 7 ist. Also, 49 durch 7 sind natürlich 7. Jetzt der direkte Vergleich. Der Abstand zwischen Mittelpunkt und Ebene ist 7 und der Radius der Kugel ist 6. Das bedeutet, D ist entsprechend größer als R. Also, die Kugel und die Ebene haben gar nichts gemeinsam. Die zweite Beispielaufgabe. Untersuche, ob die Ebene E, die Kugel K schneidet oder berührt. Also, der Unterschied zu der vorherigen Aufgabe ist die Tatsache, dass hier dem Mittelpunkt der Kugel gar nicht gegeben ist, aber dafür haben wir eine Kugelgleichung. Zum Vergleich, das ist die allgemeine Gleichung einer Kugel. Das bedeutet, wir müssen uns zusammenreiben, was hier Mittelpunkt ist, beziehungsweise Radius. Und ich glaube, beim direkten Vergleich ist es ganz einfach zu erkennen. Die m's fehlen einfach in der oberen Gleichung. Das bedeutet, alle m-Koordinaten sind 0. Entsprechend hätte dann der Mittelpunkt hier die Koordinaten 0, 0, 0. Und der Radius kann man hier hinten ablesen. Dieser 1 ist eigentlich eine 1 auf 2. 1 auf 2 sind 1. Also, das wäre unser Radius. Also, R ist gleich 1. Und jetzt legen wir natürlich wieder los mit der Abstandsberechnung. Wir suchen einen Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Kugel und dieser Ebene E. Die Formel rechts abgebildet, die wenden wir wieder erneut an. Als erstes setzen wir wieder unser Mittelpunkt 0, 0, 0 in unsere Ebenengleichung ein. Entsprechend haben wir dann 2 mal 0, plus 2 mal 0, plus 1 und minus 3. Das Ganze natürlich im Betrag. Und unter dem Nenner mal wieder die Länge des Normalvektors. Die Koordinaten können wir wieder hier ablesen. Entsprechend ist hier eine 1 vor dem x3. Also haben wir 2 ins Quadrat, plus 2 ins Quadrat, plus 1 ins Quadrat. Oben bleibt dann nur noch Betrag aus minus 3, was natürlich wiederum 3 ist. Und unten haben wir Wurzel aus 9, was auch 3 ist. Also 3 geteilt durch 3 sind natürlich 1. Und beim Direktumvergleich solltet euch auffallen, dass der Abstand zwischen Mittelpunkt und Ebene identisch ist mit dem Radius der Kugel. Das würde bedeuten, dass sich die Kugel und die Ebene berühren. Übrigens einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. In diesem Tutorial geht es ausschließlich nur um die gegenseitige Lage. Wenn ihr Aufgaben zum Aufstellen von Tangentialebenen sucht, das findet ihr alles am Ende im Abspann. Und die letzte Beispielaufgabe. Zeige, dass die Ebene E aus der Kugel K einen Kreis ausschneidet. Auch hier haben wir eine Ebene in Koordinatenform gegeben und eine Kugelgleichung. Natürlich ist unser erstes Ziel, wieder diesen Mittelpunkt bzw. den Radius abzulesen. Mal wieder durch direkter Vergleich mit der Kugelformel können wir, glaube ich, problemlos nachvollziehen, was die Koordinaten des Mittelpunktes sind. Also der Mittelpunkt hätte dann die Koordinaten 5, 2 und 1. Und der Radius hier, R² soll 49 sein. Also selbstverständlich muss der Radius oder ist der Radius 7. Dann brauchen wir wieder die Abstandsformel, die ich hier rechts abgebildet habe. Und die wenden wir hier an der Stelle an. Also D ist gleich. Genauso wie vorher setzen wir alles ein. Also erstmal M in die Ebenengleichung für x1, x2 und x3. Entsprechend haben wir dann 2 mal 5 plus 2 mal 2 plus 1 und minus 6. Selbstverständlich alles im Betrag. Und das Ganze durch die Länge des Normalvektors. Und er lautet mal wieder 2 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat plus 1 ins Quadrat. Wir fassen alles zusammen. 10 plus 4 sind 14, plus 1 sind 15, minus 6 sind 9. Und unten haben wir dann praktisch Wurzel aus 9, was wiederum 3 ist. 9 geteilt durch 3 sind 3. Und beim direkter Vergleich mit dem Radius stellen wir natürlich fest, dass dieser Abstand hier, D, deutlich kleiner ist als der Radius. Also wir haben mit Sicherheit einen Schnittkreis. Auch hier der kleine Hinweis. Wenn ihr Aufgaben sucht, wo man die Gleichung dieses Schnittkreises aufstellen muss, findet ihr alles im Abspann. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In Bezug auf Kugel und Ebene gibt es natürlich auch mehr zusammenhängende Themen. Zum Beispiel das Aufstellen einer Tangentialebene, dann Schnittkreis zwischen Kugel und Ebene berechnen, entsprechend auch die gegenseitige Lage von zwei Kugeln. Aber auch Grundlagen, wie zum Beispiel Kreisgleichung, Ebenenformen und Abstandsberechnung spielen eine wichtige Rolle für diese Berechnungen. Wenn bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und was hat die Frage verletbt.